So, erstmal eine Cola hier gönnen. Oh, nice, 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 nice. Eine schöne Coke. Herrlich. Ah, da ist sie doch. Zack. So, ich guck mal, wo Marvin bleibt. Marvin. Ich schlafe mir jetzt. Stär auf, Mann. Was geht ab hier? Boah, das ist eine geile Crip hier. Ist gemütlich auf jeden Fall. Wir haben uns hier ein geiles Hotel auf jeden Fall ausgesucht. Ich guck mal, wie wir da ein Bad an. Wow. Heftig. Alter, ich geh mich erst mal schrubben. Digga, ich schrub mir hier ein. Also mich schrubb ich ab. Hey, was machst du hier? Ich bin einfach mit Klamotten hier drin, aber es ist so angenehm warm. Ich mach mal ein Zimmer. Hey, komm rein. Hey, was machst du bei der Bad an? Hey, ich bin ein bisschen entspannt. Chill, chill, chill. Wow, schön warm, Digga. Hast du ja eine Dauerheizung drin? Wie geil ist das denn, Digga? Ja, aber du weißt, wir haben einen Pool, ne? Ah, ja, stimmt. Warte, ich bin ein Abstand. Geh bitte raus. Ah, du mit dem Abstand. Ey, Junge, du kommst nur in mein Zimmer, um mal ein Abstand zu sein, Alter. Was war das? Junge, 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 Junge. Ey, wir können zum Pool gehen. Ein bisschen schwimmen, wenn du willst. Ja, gerne, 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 ja. Ey, voll gemütlich, Digga. Wo machst du den Kamin immer an, oder? Ja, hat es gestern an, aber heute waren wir ein bisschen warm. Zum Abend auch entspannt, ne? Ah, da sehe ich schon den Pool. Hä, wer steht denn da? Ja, was ist denn das für ein Typ? Hä? Ist das ein Inspektor? Tut er das Chlor reinigen oder das Chlor wechseln? Komm, wir gucken mal. Hölle, was geht denn hier? Was geht denn hier? Äh, wer ist das? Digga, wer ist das? Ah, ich glaube, der hat die Temperatur oder so, irgendeine Inspektion gemacht, den Chlor-Gehalt gemessen oder so, weißt du? Ah, okay. Hast du so einen Professor? Professor, okay. Schubst du immer rein, Mann? Schubst du immer rein, Mann? Äh, gib dir mal einen Haken. Äh, du siehst richtig witzig aus, Digga. Du hast einen stabilen Glatzkopf. Das geht. Ups. Alles schwimmt, okay, alles gut, okay. Wollte ihr sagen, es ist mir verstecken, Digga. Oder ich glaube, ich muss den Retten, Alter. Retten? Jo. Boah, ich rette den. Oder ich hab da... Calvin, eine andere Idee. Wir müssen die Sache... Bereinigen, Alter. Oh my God. Es ist nichts passiert. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Oh, geile Aussicht, ne? Ey, guck mal unten hin. Oh, Leute, guck ich die Skyline an. Heftig. Unser neues Auto. Oh. Oh, was denn da? Unser neues Auto. Oh, Leute, seht ihr das? Das müssen wir erst mal hier ordentlich bestaunen. Oh. Oh. Oh, Leute, ich bin... Ah. Okay, wie geht's? Dafür hab ich jetzt Rittenbrüche in Kauf genommen. Dafür, dass wir hier vor unserem hübschen Auto sind. Oh, sorry. Was sagt ihr zu unserem neuen Auto? Erstmal hier fettes Review von unserem Auto. So. Unser Da Baby Riesenauto. Let's go. Oh yeah, baby. Oh yeah, guck ihn dir an. Let's go. Einfach nur eine Pracht dieser Schädel. Er kommt runter. Da staunt sie, ja? Ja, ich kann den nicht runter sprechen. Es ist egal, es ist besorgt dafür einen geilen Wagen. Ich nehme den Aufzug. Leute, guckt euch diesen Schädel an. Kannst ja unten auf mich warten. Perfekt, prächtig. Und ich steig schon mal ohne dich ein. Oh, und ganz klassisch gehalten hier. Leute, alles aus Holz. Wir wollten es klassisch. Und sehr hochwertiges Holz das auf jeden Fall. Und ja. Marvin, wo bleibst du? Mensch. Irgendein Aufzug hat ein bisschen gedauert, man. Hä? Kannst du mich denn hier machen, oder was? Jetzt ordentlich los, oder was? Hey, weißt du was? Du bist mein Chauffeur. Du fährst. Junge. Los. Komm rein. Reiner, boah, dieser Schädel, Digga. Stabil auf jeden Fall, Mann. Richtig stabil. Na komm, auf geht's. Juuuuuuh. Du, 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 du. Wo sollen wir? Wow. Digga, mit diesem Atom, mit diesem dicken Schädel kommt überall hin, wo wir wollen, Mann. Es ist keine Grenzen gesetzt. Bisschen schwer zu manövrieren. Ohne Witz findest du, die haben das ziemlich authentisch gemacht. Also ich muss sagen, die Haare, die kratzen ein bisschen, Digga, ne? Also wir sitzen ja hier, ihr seht ja, Leute, hier sind die Haare auch im Sitz. Die kratzen ein bisschen, ne, die Haare von dem Wagen. Aber sonst echt authentisch gemacht. Mach mal hier auf, Alter. Ich will hier rein. Ist das Feuerwehr? Hey. Feuerwehr, ich will hier drin parken. Mach mal auf. Ist der da? Oh, da ist sogar offen drin. Kannst du rein? Ich versuche mal von draußen aufzumachen. Nein, mach. Da muss auch irgendeine Kraft geben. Ist auch hier. Oh, komm rein, Mann. Ich würde sagen, es ist unser Parkplatz hier, ne? Oh, ja, Mann. Nice, gut geparkt. Oh, was haben wir hier die Getränke? Rüffig. Erstmal nur. Ah, nee, ist nur die Optik hier. Ich dachte schon. Oh, eine schöne Coke. Hey, das ist meine. Gönn dir, gönn dir. Junge, was nimmst du die? Aha, danke. Oh, Leute, jetzt chillig. Ah, guck mal hier. Man kann ja so, wenn es mal schnell zum Einsatz kommt, haben die einen schönen Aufenthaltsbereich. Hier die Feuerwehrleute. Sehr, sehr, sehr fresh. Ja, ich würde sagen, hier ist unser Parkplatz. Und weiter geht's, ne? Wir cruisen mal ein bisschen durch die City. Wir fahren einfach mal Füße um den Block. Und gucken, was geht auf jeden Fall. Oh, warte, warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, ich stecke die gerne ab. Ich zeige den Leuten nochmal ein bisschen hier. Leute, dieser Kind war hart, dicker. Stabil. Calvin. Alles in Ordnung? Du wirst es jetzt nicht glauben, ne? Was? Weißt du, wer sich schon lange nicht mehr gemeldet hat? Wer soll ich wieder gemeldet haben? Der Game Master, Junge, der hat mir gerade geschrieben. Nein. Nein. Ich bin dein Ernst. Wir fahren ja gerade eine gemütliche Runde um den Block. und dann sagst du mir gerade, der Game Master hat sich gemeldet. Ja, Junge, der hat geschrieben. Leute, wir haben gedacht, das war's. Was? Der hat jetzt... Ist der wieder zurück, oder was? Die erste Nachricht, seitdem... Ja. ...der diese hässliche Attrappe da war, oder was? Der hat geschrieben. Aber ich dachte, das wäre der Game Master. Der wäre doch die Maske abgezogen. Was hat der jetzt geschrieben? Ich dachte auch, Junge, der hat geschrieben. Komm zu diesen Koordinaten. Oh. Der hat Koordinaten geschickt, aber wenn's dunkel ist. Oh mein Gott. Leute, das soll er erst sehen, wenn's dunkel ist. Ey, Leute, ist das wieder ein Wald, oder was? Ich weiß nicht, Mann. Ey, ich will das nicht hören, Junge, ich will das nicht hören. Wir fahren weg, komm, reicht's. Aber sollen wir das ignorieren, oder was? Gut, dann können wir's doch nicht einfach ignorieren. Fahr uns da hin. Fahr uns zu den Koordinaten. Ja, wenn's dunkel ist, Junge. Hat der gesagt, wenn's dunkel ist? Ja. Oh mein Gott, Leute. Also wir sollen da hinfahren, wenn's dunkel ist. Ja. Hör, Leute, was ist denn das hier? Alter, Appart. Oh mein Gott, Leute. Unser Schädel hält uns am Leben. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Schnell. Ich muss unser Auto retten. Alter, ich muss hier raus. Oh mein Gott. Rette mich, rette mich. Zieh mich raus. Komm, komm, komm. Fisch mich raus. Okay, Leute, nichts wie weg hier. Komm. Meinst du, er fährt noch? Ich hoffe, er krieg's nur an. Versuch, wie rauszufahren. Digga, der Kopf ist so stabil. Der muss immer fahren, oder? Versuch zu fahren. Pass auf, pass auf. Vorsichtig. Ups. Oh mein Gott. Bisschen zurück, bisschen zurück. Lass links. Lass links. Und dann Vollgas. Vollgas. Komm schon. Bitte. Oh Mann. Ich glaube, warte, ich gebe dir Turboantrieb. Gebt mir den Turbo, booste mich weg. Ich gebe den Turbo. Oh nein. Der Schädel brennt. Der Schädel. Leute. Leute. Das war's einfach. Egal, wir versenken den schnell. Der muss ins Wasser. Ey. Hier sieht man die Augen. Oh mein Gott. Ey, der soll ins Wasser fliegen. Genau. Oh. Oh Mann. Ich hoffe, das wird gelöscht. Leute. Wir haben ja fast einen Brand verursacht alles, Mann. Das war sehr schön mit dem Schädel, aber jetzt müssen wir zu Fuß nach Hause. Sollen wir so lange im Hotel chillen und dann, wenn's dunkel ist, los? Ja, ich würde sagen, chillen ist unser Equip. Und wenn's dann soweit ist und es dunkel wird, geben wir sofort den Koordinaten nach. Und mal gucken, wo wir landen. Leute, der Game ist wieder da. Leute, sagt allen. Eurer Schwester und Opa, euren Cousinen. Allen. Der ist wieder am Start, Mann. Geben Bescheid, Mann. Und noch schöne Grüße an David. Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns begrüßt wollt, gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt einen freundlichen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück. Oh, Leute. Wir sind einfach eingeschlafen. Oh, schon so spät? Du hast auf den Boden gepennt, Mann, ne? Oh, Mann. Das ist voll ungewidrig. Ich hab Rückenschmerzen, Junge. Was geht, Mann? Was geht? Oh, unser Auto wurde wiedergebracht. Oh, nice, nice. Ich hab das noch reparieren lassen. Krass, Bomben, die ist aus dem Meer gefischt. Ja, komm, lass runter. Komm, wir gehen runter. Du weißt, ne? Wir gehen zu den Koordinaten, ne? Oh, mein Gott. Ich dachte jetzt gerade so, wir gehen einfach runter rum. Alter, der Game Master. Boah, ich hab so tief gepennt, aber das ist ein bisschen verdrängt, Mann. Aber, ey, Leute, es wird wieder ernst. Wir gehen zum Game Master, was geht wieder ab hier? Was meinst du, was meinst du, wo führst du uns? Ey, ich weiß es nicht, Mann, mein Munkel, Dicke. Ich bin aufgeregt, auf jeden Fall. Sollen wir direkt hinfahren, oder? Okay, Waffen, 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 Eis, Schleimme. Mahlzeit. Warum haben die einen Rocket Launcher? Ist hier höchste Sicherheitsstufe, oder was? Ey, mach keine Faxen hier, ne? Wenn du einmal schießt oder so. Aber die sehen gefährlich aus. Es ist zu spät, wir haben schon die Eisränge in der Hand, aber zum Glück sagen die nichts. Wir können uns scheinbar allein spazieren. Aber benutzt die nicht, Alter. Ja, genau. So, wir gehen jetzt erstmal um unseren... Boah, sieht der wie neu aus. Ja, nochmal, Leipers, spring mal rein hier. Nice. Geil, Mann. Okay. Ah ja, Koordinaten, du hast alles? Ich habe alles am Start. Okay, Mann. Boah, ich bin gespannt, dass wir so bald ist, oder wo landen wir jetzt gleich? Ja, wir müssen durch den Tunnel. Und dann müssten wir ankommen. Okay, bist du ready, Alter? Ja, der führt da hin. Fahr durch, Dicke. Es sieht alles schwarz aus. Ins Ungewiss jetzt. Okay. Drei, zwei, eins. Let's go. Oh. Oh. Sind wir? Leute, wo sind wir denn gelandet? Ey, ist das hier ein Freizeitpark oder eine Kirmes? Wirst du diese Schreie, Alter? Ja, Mann. Ich glaube, wir sind auf einer Kirmes, Junge. Wo sind wir? Alter. Alter. Was geht denn hier? Oh. Oh, Freizeitstall. Guck hier, schon diese Schranken hier. Alter. Ey, ist das eine Rundfahrt? Eine Rundfahrt. Komm, wir warten auf den nächsten... Ist das ein Grusel aus hier? Ich weiß nicht, ne, hört's. Aber es sieht eigentlich friedlich aus. Ah ja, das ist sogar ein Herz da und so. Was ist das für eine Gans? Ich glaube, eine Gans, Mann. Soll eine Gans sein, ne? Oder ein Boot normal? Okay, spring rein, Mann. Schnell. Uh. Rein mit dir. Okay, krass. Meinst du, ist eine Horrorfahrt oder eine ganz normale? Ich bin sehr skeptisch, ne? Also, hey, hallo, es geht um Game Master. Was fragst du noch? Ist doch keine Freizeit hier. Ich dachte jetzt gerade... Meins? Alter. Leute, wir müssen die Augen offen halten. Boah, ich will mir gleich Popcorn holen. Oder Zuckerwatte. Wir genießen es hier, solange wir noch können. Ey, ich hab Hunger, Calvin. Oh, ne? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das? Ach du heilige. Ist das? Ach du heilige. Ist das? Pennywise? Jo, was macht Pennywise hier? Jo, da ist noch einer. Wo? Oh, es geht da, da sind noch mehr. Hinter dir. Alter. Oh mein Gott. Ah ja, Taschlampe. Jetzt glückst du mir hier auf dem Boot safe, oder? Ey, Leute, guckt euch das an. Will die da stehen? Ja, da ist noch einer. Bro? Ey, Digga, ich zück schon mal der Waffe. Es wird zu rundher langsam. Ey, lass, lass dir. Ey, ich will hier nicht auf meinen Tod warten. Lass mal hier raus. Lass mal hier raus. Lass mal hier ab, Digga. Oh mein Gott, da ist noch einer. Oh, verärgern dich nicht. Okay, ich... Mach keinen Unsinn. Nein, 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 nein. Helven. Ruhe vor der Sturm hier. Komm, lass die raus, lass die raus. Ey, Leute, wir gehen abtauchen. Wow, zwei. Alter. Oh, wer wird hier? Oh, das ist noch einer. Raus. Alter, raus, komm. Raus hier. Ey, ich hab Hunger. Ey, ich glaub, das ist ein Zeichen, dass es hier sehr, sehr, sehr bunt werden kann. Ey, ja, Mann, komm, wir gehen in den Stand oder so. Was ist das hier? Ah, Kaffee. Soll ich es noch einen Kuchen oder so? Huh. Äh. 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 Können wir einen Kaffee haben? Und einen Kuchen? Ich glaub, der hört dich nicht. Äh, so eine Gedärme hängen raus. Ich glaub, wir kriegen hier gar nichts. Äh. Ich glaub, wir gehen mal ganz langsam. Wirkwärts. Raus. Ganz langsam. Ganz, ganz ruhig. Jo, was geht hier ab, Walter? Arvin! Ey. Was geht hier ab? Ey, das ist irgendwie abgekartetes Spiel vom Game Master. Das ist kein Spaß. Und nichts wird hier den Zufall überlassen. 100%ig. Das ist ein Zombie-Junge. Alter, Leute. Komm, lass ihn lassen. Wir gucken uns mal weiter um. Oh. Wie viele sind das? Was zur Hölle? Alter. Ich steh'n da einfach rum. Eigentlich müssen wir da ne Bombe reinwerfen. Oh. Noch einer. Geht daneben. Oh mein Gott. Ey. Das ist... Weißt du, was das ist? Was? Das Fass ist anzündbar. Das gibt ne Explosionen, wenn wir da drauf schießen. Echt? Das Ding ist... Ey, wir müssten... Aber da sind mehr drinne. Wir müssten gucken... Hey, Digga. Wenn nicht, dass die gleich noch aktiviert werden, die da... Können das... Können das nehmen. Komm. Ja? Ah, tu rein. Sollen wir das zünden oder lieber in Ruhe lassen? Okay, noch machen die nix. Alter, das wird... Leute. Oder wir haben ja auch eins. Da wäre auch eins. Ich könnte gleich da drauf schießen und du da drauf. Wenn wir das machen? Ja, was machen? Komm, wir machen das. Oh, Leute. So ready? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Der lebt auch. Marcelo. Oh, ist der Ecke platzt. Ich glaube, wir haben die verärgert. Ich glaube, wir haben die verärgert. Das sind so viele. Das sind so viele. Oh. Calvin. Hilfe. Oh, die sind so viele. Alter. Hilfe. Oh. Alter, die kickt rein hier, die Armbrust. Oh. 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 Oh mein Gott, das sind so viele. Wir müssen weg hier. Komm, vor die Ball. Game, die sind die Ball. Wo bist du, Marvin? Wo bist du? Oh. Alles gut. Hey, du musst mir helfen jetzt. Junge. Hey, warte. Ich glaube, wir haben nicht genug Munition für alle, Mann. Nein. Ey, oh mein Gott. Das sind so viele. Lass die abhauen. Lass die abhauen. Lass abhauen. Komm, komm. Hier drüber klettern. Okay, komm, komm. Warte, dieses Fass muss ich noch abschießen. Warte kurz. Oh ja. Gib sie nochmal. Gib sie nochmal. Oh, nice. Okay, lass noch von. Ey, hier ist ein Tor. Hier ist kein Köpfe. Okay, egal. Oh mein Gott. Wir müssen offen, dass das Tor. Wir lassen noch mehr. Wir lassen noch mehr, oder? Ich habe eine Schroffrinte. Oh. Wow. Das sind halbe Körper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, guck dir das an. Ja. Oh mein Gott. Leute, was geht hier ab? Oh. Wow. Leute, was geht hier ab? Oh. Was ist das denn? Jetzt kommt der. Wer hat man? Alter. Oh mein Gott. Was ist das? Oh. Das wird mir zu bunt. Alter. Oh, Alter. Das sind so viele. Lass abhauen. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was? Komm, komm, komm. Alter, was ist das denn Mutanten-Dinger? Komm mit, komm mit. Oh. Lass dir weg, Mann. Lauf, lauf, lauf. Was ist das für das? Oh mein Gott. Was ist das hier? Sind wir gelandet worden. Sollen wir hier rein? Was ist das denn hier für ein Fragezeichen-Gebäude? Komm rein, ich bin drin. Wow. Hörst du die Clowns-Musik? Ja. Wo bist du? Wo bist du, Mann? Hier oben. Hier. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Ey, lass... Ey, komm mal hier runter. Hä? Bro, guck mal dieser Weg. Äh. Das war der lang. Alter. Boah, wie das aussieht. Moment mal, da steht jemand. Wo? Da ist ein Körper. Ich glaube, das ist eine Malerei. Ich dachte schon. Mein Gott, wie das aussieht, Alter. Wo ist denn hier links? 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 Ey, es sieht aus, als wären wir in einer anderen Welt. Wo geht's hier hoch? Bleibt mal stehen. Wie das aussieht. Okay, geht's nicht weiter. Ey, voll die optische Täuschung. Leute. Egal, wie gehen wir hier weiter? Ja, Mann. Ah, dann kann man rausgucken. Ey, guck mal, dieses Bild sieht voll echt aus, Alter. Ich dachte schon, es ist eine Puppe. Ja, Mann. Alter, der bewegt sich. Oh mein Gott. Bro. Ey, Bruder, der sieht irgendwie brutal aus. Geht's dir gut? Hallo? Der hat ein Messer. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Raus hier. Wo bist du? Hier raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ey, ich schwindelig. Ich schwindelig, Bruder. Ja, komm mal. Mein Gott. Was war das denn jetzt? Der betäubt mich, Alter. Oh mein Gott. Wir müssen hier weg. Ey, der ist hinter uns her. Der betäubt mich. Wo ist der? Ich bin hinter dir. Deswegen. Oh mein Gott. Nein, komm mal rein. Alter. Wir müssen hier rein. Ich kann nicht. Digga. Wir müssen woanders lang. Wo ist der? Diese Achterbahn hier vor uns. Yo. Der ist mir auf dem Fersen, Digga. Oh, wo bist du? Komm. Oh, wo sind wir denn hier? Komm rein. Was ist das denn? Jo, was ist das? Oh. Komm mal hier. Der kommt. Komm mal hier. Oh, was ist das denn da? Bro, die folgen dann hier Zombies. Ach du heilige Scheiße. Leute. Oh mein Gott. Ganz krank, was hier abgeht. Ist der Clown weg? Alter. Was ist das für Kräuter? Yo. Oh. Ich glaube der kommt. Der ist safe irgendwo. Oh. Oh. Die Wand. Die Wand. Komm ab. Geh hin. Lauf. Lauf Junge, lauf. Warte, ich zieh dich, ich zieh dich. Komm, komm, komm. Bevor der Clown nicht holt. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott, was ist das? Oh, der Clown. Ist der? Oh. Oh mein Gott, der kommt. Hilfe. Lauf. Lass die weg. Komm, wir hauen ab, Mann. Komm, Mann. Laufen, laufen, laufen. Der Game Master war gar nicht da. Er hat uns richtig veralbert. Ja, Mann. Pass auf, die ganzen Zocken müssen wir. Oh. Oh mein. Ist das der Game Master? Oh Gott, das ist der Game Master. Ey, der ist alleine. Der ist alleine. Ey, der steht da einfach. Ey, wir laufen jetzt auf den Zug und knallen den ab. Sofort. Nee, wir reißen den vorher noch die Maske ab. Wir wollen wissen, wie der aussieht. Weil anscheinend war das das letzte Mal eine Attrappe von dem. Das war er gar nicht. Drei. Zwei. Eins. Der ist einfach weg. Wo ist der? Alter. Der hat uns einfach verarscht. Der hat uns durchgelassen. Ey, der hat uns die ganze Zeit beobachtet und die Show noch genossen. Ey, lass uns mal aus hier abbauen, Alter. Das ist ein verfluchter Ort, Mann. Was ist das? Komm. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Komm rein. Fahr, 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 fahr. Okay, wir fahren uns erst mal weg, Leute. Der Game Master hat uns einfach nur verarscht. Wir sagen euch dann Bescheid, wenn er sich wieder meldet. Und dann melden wir uns zurück. Ansonsten, mal gucken, was als nächstes kommt. Aber, puh, ey, der ist einfach wieder da. Darauf muss ich erstmal klarkommen. Ja, dann weg hier, Alter. Der hat einfach Leute vorgeschickt. Oh, Clown, Zombies ohne Ende. Fahr, fahr, fahr vernünftig, Digga. Leute, bis zum nächsten Video. Wenn was Neues vom Game Master kommt, melden wir uns. Peace.